Sommer, Sonne und gute Laune bei der 16. Strandvölkerball-Weltmeisterschaft. Völkerball ist den meisten sicher noch aus der Schulzeit ein Begriff, dass das Ganze aber auch auf sandigem Untergrund gespielt werden kann, dürfte selbst dem einen oder anderen absoluten Sportexperten neu sein. Doch nicht nur das, es gibt sogar eine Weltmeisterschaft, die jährlich auf dem Gelände in die Mitte ausgetragen wird. Wir wählen hier die 16. Weltmeisterschaft im Strandvölkerball aus. Das ist eine Amateursportveranstaltung, die sich großer Beliebtheit erfreut. Wie jedes Jahr traten Teams aus aller Welt gegeneinander an, um sich den Wanderpokal, den Völkergloben, zu sichern. So waren unter anderem Dänen, Japaner, Gallier, Urus, also Uruguayer, aber auch das Bienenvolk mit dem Japans. Hier wird auch niemand schief angeguckt, wenn er mal ein Bierchen trinkt. Und das ist natürlich der Grund, warum wir das machen, weil wir einfach einen schönen Nachmittag haben wollen. Sport macht jedem Spaß, Zugucken macht Spaß, Spielen macht Spaß. Und gemeinsam ein Bierchen zu trinken, ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Einem lockeren Wettkampf stand also nichts mehr im Weg. Nach den Vorrundenspielen von Freitag, Samstag und Sonntag hatten sich das Bienenvolk, die Japaner, das R-Volk und die amtierenden Weltmeister aus Dänemark für die Endrundenspiele qualifiziert. Im ersten Halbfinale gab es dann eine riesige, eine faustdicke Überraschung. Und die Japaner konnten die Weltmeister, die Titelverteidiger aus Dänemark in einem knappen Spiel besiegen, indem sie nach Ablauf der Spielzeit einen Königinnenabwuch mehr erzielt hatten. Wir sind ausgeschieden als amtierender Weltmeister gegen das Überraschungsteam dieser WM, gegen Japan, die einfach grandios gespielt haben, die sehr souverän, sehr ruhig gespielt haben. Das zweite Halbfinale hätte dann knapper nicht sein können, nachdem weder das Bienen noch das R-Volk einen Königinnenabwuch in der regulären Spielzeit erzielt hatte, muss das Spiel in die Verlängerung gehen. Das R-Volk zeigte dabei keinerlei Nerven und gewann das Spiel durch den goldenen Königinnenabwuch. Mit dem Bienenvolk schiebt somit auch das zweite Finalteam der letzten Weltmeisterschaft aus. Wir hatten einen schwierigeren Gegner, wir mussten gegen das R-Volk antreten, schon dreimal Weltmeister gewesen. Trotzdem hatten wir an Chancen ausgerechnet und es war auch ganz eng. Die Finalpaarung stand also fest und das große Abschlussspiel des dreitägigen Turniers wurde ausgetragen. Das R-Volk machte hier kurzen Prozess und entschied das Spiel durch drei Abwürfe der japanischen Königin noch vor Ablauf der neuen Spielzeit. Das R-Volk verließ nun schon der vierte Titel bei der Sturmvölkerwahl-Weltmeisterschaft. Für die Spieler ging es nach dem Finale aber erst richtig los. Ein Weltmeistertitel wird schließlich die Düren, Feuchtträne gefeiert. Ja, endlich haben wir ihn wieder. Wir haben ihn lange vermisst. Er war bei den Dänen und wir hatten jetzt das vierte Mal haben wir ihn jetzt. Und wir sind einfach nur glücklich. Und jetzt machen wir noch eine richtige Party mit allen Völkern und trinken ordentlich Sekt, oder? Mit der Siegesfeier gegen die dreitägige 16. Strandvölkerwahl-WM zu Ende. Doch keine Sorge, auch im nächsten Jahr wird die Weltmeisterschaft mit viel guter Laune und Sonnenschein wieder in den Schmitte statt.